jetzt im test für euch die pyroland crackling beam das sind neuartige kubische kanonschläge und ich habe mir sagen lassen die enthalten keinen schwarzpulver als treibladung also dass der kanonschlag auseinander platz auseinander gesprengt wird sondern ja es sind die crackling sterne die dieses teil hier auseinander treiben alter mega heftig unfassbar wir hatten vorher schon einmal eingetestet der war nicht so gut aber die teile leute die rocken so dermaßen alter schwede heftig jetzt gleich mal zwei stück auf schlag die sind so geil die dinger die sind so heftig i love it einfach unfassbar ihr seht ich stande voll im funken regen hier heftige teile mega kauf empfehlung so 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 so